Ja, wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 22 und Vers 8. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Hier werden zwei Gedanken zusammengefügt. Eine ist dieser Gedanke, der durch die ganze Bibel hindurch geht, Saat und Ernte. Was du sähst, das erntest du. Und so hat Gott es am Anfang schon geschaffen in der Schöpfung. Er hat Pflanzen geschaffen, die Frucht bringen, die Samen hervorbringen. Und diese Samen, die sehen zwar ganz anders aus als die Pflanze. Wenn du dir so einen Apfelbaum anschaust, bei uns unser Apfelbaum, der blüht gerade so schön. Und dann werden die Blüten bestäubt und dann wachsen da Äpfel draus. Und dann im Herbst sind dann diese Äpfel da und dann kannst du vielleicht so einen Apfel nehmen und ihn essen. Unsere sind jetzt nicht so lecker, aber es gibt ja doch ganz leckere Sorten. Und dann hast du dann die Kärnchen. Manche essen die dann mit und andere sagen, ach nee, die mag ich nicht. Und dann hast du so ein kleines Kärnchen, so ein Apfelkärnchen. Und das ist der Samen. Und wenn du dir den anschaust, sieht ganz anders aus als der Apfelbaum. So ein kleines Körnchen. Aber wenn du den einpflanzt in die Erde und der fängt an zu wachsen und da wird eine Pflanze draus, wärst du nicht völlig überrascht, wenn da zum Beispiel eine Rose draus wachsen würde? Tut es aber nicht. Warum nicht? Es wächst ein Apfelbaum raus, weil in diesem kleinen Körnchen ist dieselbe DNA wie von diesem Apfelbaum drin. Es ist identisch. Derjenige, der den Samen hervorbringt und der Same, das ist identisch. Und das, was sozusagen aus dem Samen wird, wenn du den Samen ausstreust und säst, das ist dasselbe, was ist identisch mit dem, der diesen Samen hervorgebracht hat. Und deswegen ist das, was dann daraus wächst, aus diesem Samen, entspricht dem, was ausgesät wurde. Und hier steht, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Wenn da eine Pflanze ist, deren Samen Unrecht sind und unser Apfelbaum, der trägt so viel. Wie gesagt, die Äpfel, die kannst du vergessen, die kannst du irgendwie nicht gebrauchen. Deswegen nervt es eigentlich, dass der so viele Äpfel hervorbringt. Weil die dann alle runterfallen irgendwann und dann musst du die alle irgendwie entsorgen. Die kannst du nicht gebrauchen, benutzen irgendwie, weil die nicht gut schmecken. Und insofern freuen wir, auf der einen Seite freuen wir uns, wenn der so viele schöne Blüten hat jetzt im Mai. Aber wenn dann die ganzen Früchte kommen, nee, dann freue ich mich lieber über ein Jahr, wo er nur ganz wenige Blüten hat. Dann denke ich immer so, oh ja gut, dann werden wir wenig Früchte haben, weil die nerven, diese Früchte. Aber wenn du so einen Baum hast, der so viele Früchte trägt, so viele Samen ausstreut, und es ist Unrecht und das Unrecht wird ausgesät in der ganzen Umgebung. Was entsteht dann? Da entstehen neue Pflanzen, die auch ganz viel Unrecht aussäen. Und so vervielfältigt sich das Unrecht. Und was ist die Folge davon? Unheil. Wir schlagen einmal auf in Galater 6, Vers 7. Da sagt Paulus etwas dazu, nimmt diesen Gedanken auf, der vielfach in den Sprüchen auch zu finden ist. Dieser Gedanke, Saat und Ernte, das hängt zusammen. Und in Galater 6, Vers 7 sagt Paulus, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus spricht hier von dem Kampf zwischen Fleisch und Geist in dem Leben eines Christen. Ein Mensch, der den Heiligen Geist empfangen hat. Er hat immer noch einen Kampf zu kämpfen mit seiner alten, sündigen Natur. Die ist nicht von heute auf morgen weg. Er will sich irgendwie in den Vordergrund spielen. Im Kapitel davor spricht Paulus von diesem Kampf von Fleisch und Geist. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Gleichnis von den Samenkörnern bleiben. Gott gibt uns gute Samenkörner durch seinen Geist. Und er sagt, die Frucht des Geistes, also wenn der Geist in uns wächst und gedeiht und seine Frucht hervorbringt. Und die Frucht, wie gesagt, enthält die Samenkörner. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, ich kriege es nicht, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Geistes und wenn diese Frucht des Geistes wächst, dann entstehen da Samenkörner, die einen solcher Mensch ausstreut, die aus seinem Leben hervorgehen. Und wenn diese Samenkörner, wenn das Liebe ist, welche wunderbare Pflanzen entstehen dann, wenn du solche Samenkörner ausstreust in deinem Leben. Dann streust du Samenkörner der Liebe, der Freundlichkeit, der Güte aus und sie fallen vielleicht auf guten Boden und bringen Wasser vor. Auch Pflanzen, die dann wieder Frucht bringen, sodass von dort aus weiter Liebe ausgestreut wird. Wenn aber unser Fleisch Frucht bringt, dann spricht Paulus davon, von den Werken des Fleisches, von Streit, von Hass, von Neid, von Selbstsucht, von Gewalt. Wenn wir zulassen, dass das in uns groß wird und sich ausstreuen kann, dieser Samen. Wenn wir aus dem Saatgut des Bösen heraus ausstreuen, dann ist Unheil die Folge. Also, seh zu, was du säst. Und Gott reicht uns gutes Saatgut. Er gibt uns einen ganzen Sack voll gutem Saatgut. Und er sagt, komm, du hast da einen ganzen Sack voll schlechtem Saatgut. Gib mir das. Gib das ab, tausch das ein. Ich will dir einen Sack gutes Saatgut geben. Tausch es doch ein. Wir müssen es loslassen, das alte Saatgut. Er sagt in Kapitel 5, die dem Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Die haben es losgelassen. Ich will nicht mehr dieses alte Saatgut ausstreuen. Ich will mich nicht mehr bestimmen lassen von meiner alten, sündigen Natur. Das ist mit Christus gestorben. Ich bin auferstanden zu neuem Leben. Und ich habe einen Sack neuem Saatgut empfangen. Davon will ich nehmen und ausstreuen. In den Sprüchen heißt es da weiter, der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Hier wird gesprochen von einem Menschen, der Unheil erntet, der Unrecht gesät hat und Unheil erntet. Und er sagt, das Wüten wird ein Ende nehmen. All die Menschen, die dieses böse Saatgut ausstreuen, sie werden ein Ende finden. Warum? Weil es schon am Anfang so ist. Gott hat der Sünde eine Grenze gegeben und zwar ganz persönlich, individuell, jedem einzelnen Menschen. Er hat gesagt, wenn du anfängst, böses Saatgut auszuschmeißen, dann wird dein Leben eine Grenze haben. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus in Römer 6, Vers 23. Er wird es nicht zulassen, dass ein Mensch für immer das böse Saatgut der Sünde auswirft. Und damit Unheil stiftet und Unheil anrichtet. Nein, er hat gesagt, wenn du hineingehst in die Sünde, Adam, dann ist die Konsequenz die Folge davon, dass du diese Grenze erfährst, den Tod. Wir haben alle, alle Sünder haben eine Grenze, das ist der Tod. Und wenn wir gestorben sind, dann hört das auf, dann können wir nicht mehr Unrecht sehen. So sagt es auch der Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Da steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist die Grenze. Gott setzt die Grenze und er hält dann Gericht. Dann kommt die Ernte. Das, was gesät wurde, wird dann geerntet. Endgültig. Es ist aber nicht nur etwas Individuelles, sondern es ist auch bezogen auf die ganze Welt. Das steht in Apostelgeschichte 17. Paulus in seiner Predigt in Athen spricht von dieser universalen Grenze, die Gott dem sündigen Menschengeschlecht gesetzt hat. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 sagt Paulus, Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus sagt, es gibt einen Tag, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem das Wüten der Sünder ein Ende hat. Und da wird Gericht gehalten. Und da wird derjenige, der Unrecht gesät hat, Unheil ernten. Aber er sagt, das ist noch nicht jetzt. Er spricht von einem Jetzt und er spricht von einem Tag, der festgesetzt ist. Und er spricht von der Vergangenheit. Er sagt, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Da hat Gott Gnade walten lassen und hat das Böse, das Unrecht, die Sünde nicht direkt auf den Kopf gerichtet. Aber der Tag kommt, sagt er. Das war die Vergangenheit, ein Leben in der Sünde. Ein Menschengeschlecht, das in Gottlosigkeit und Sünde gelebt hat. Es kommt der Tag des Gerichts. Aber jetzt kommt etwas, was vor dem Tag des Gerichts kommt, nämlich das Evangelium. Die gute Botschaft. Ihr müsst diesem Tag nicht entgegen gehen, in dem Bewusstsein, ja, dann werde ich gerichtet. Und dann ist alles aus und dann ist alles vorbei. Und dann gehe ich ins Verderben. Nein, es gibt das Jetzt, das sagt, du kannst jetzt umkehren. Du kannst jetzt Vergebung empfangen. Du kannst jetzt diesen alten Sack mit dem bösen Saatgut abgeben und einen wunderbaren Sack neues Saatgut empfangen. Du kannst ein neues Leben bekommen. Das Leben, was du geführt hast in Selbstsucht. In Reaktion auf alles Unheil, was du erlebt hast. All das Unrecht, was in uns hineingesät wurde, wird in uns zu einer Frucht mit Samenkörnern, die selber Unrecht sind. Wir tun Unrecht. Ja, uns ist Unrecht getan worden. Und deswegen tun wir selber auch Unrecht. Und sind genauso wie unsere Väter und Mütter. Aber Gott ist gekommen, um diesen unheilvollen Zusammenhang zu durchbrechen und hat gesagt, hier bin ich. Ich bin euer Vater. Ich will euch zu meinen Kindern machen. Ich will das Alte wegnehmen. Wenn jemand in Christus ist, dann ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Du musst nicht mehr diesen alten Samen des Unrechts ausstreuen. Du darfst ein ganz anderes Saatgut empfangen. Liebe. Und das ist das Jetzt. Das ist das Heute, von dem Paulus spricht. Heute ist der Tag. Du kannst umkehren. Du kannst ein neues Leben empfangen. Du musst nicht mehr ein Mensch sein, der Unheil stiftet. Das Unheil in dieser Welt vermehrt. Sondern du darfst jemand sein, der schon dem Reich Gottes zugehört und mitarbeitet daran, dass das Reich Gottes kommt. Der Liebe aussät, ausstreut. Und dann können wir auch mit Zuversicht auf den Tag des Gerichts zugehen. Weil wir wissen, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist und uns gereinigt hat von aller Sünde, sodass wir nicht verurteilt werden im Gericht. Und das hat Jesus gesagt. Wer an mich glaubt, der wird nicht ins Gericht kommen. Vertrau mir. Glaube mir. Ich habe für deine Sünde bezahlt. Und ich nehme dir all das alte, dreckige, unreine Saatgut weg und gebe dir neues Saatgut. Wir gehen nochmal zurück zu Sprüche 22. Und da steht in Vers 12, ich will das nur mal zusammenfügen, weil das hier inhaltlich zusammenpasst zu Vers 8 in gewisser Weise. Die Augen des Herrn behüten die Erkenntnis und er bringt die Worte des Treulosen zu Fall. Es sind nicht nur Taten, sondern auch Erkenntnis, die Gott richten wird und er bewahrt die gute Erkenntnis bis zum Ende. Ja, am Ende wird es sichtbar werden, dass die Erkenntnis von Gott, dass die der Wahrheit entspricht. Aber die Worte, die jemand spricht, sie werden auch sichtbar werden, ob sie Wahrheit sind. Wenn jemand ein Versprechen macht, du weißt nicht, spricht er die Wahrheit, wird er das halten, was er versprochen hat? Ist er ein treuer Mensch oder ein treuloser Mensch? Ist das Versprechen, was er gibt, wahr oder falsch? Am Ende wird es sichtbar werden. Gott achtet darauf und er wird all das, was wir gesät haben, zur Ernte bringen und es wird sichtbar werden. Wir gehen zurück zu Vers 9. Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Ich musste bei diesem Vers an die Geschichte vom barmherzigen Samariter denken. Wir wollen uns nicht die ganze Geschichte anschauen. Sie steht in Lukas Kapitel 10 und wer sie nochmal nachlesen will, kann das gerne machen in der Ganzheit. Und wir werden hier nur zwei, drei Verse rausnehmen, die uns diesen Vers in Sprüche nochmal nahe bringen. Die Geschichte ist ja die, dass Jesus erklärt, was ist Nächstenliebe an diesem Gleichnis oder an dieser Geschichte. Und er zeigt uns einen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist, der im Elend ist, der auf der Straße liegt und am Sterben ist. Und dann zeigt er uns drei Männer, die des Weges gehen. Alle drei gehen sie diesen Weg entlang und treffen auf diesen Elenden, der da im Staub liegt. Und dann steht in Lukas 10, Vers 31, zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verbannt seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Ich will hier nur auf eigentlich einen Aspekt hier schauen, nämlich das, was in den Sprüchen steht. Wer gut gütigen Auges ist, wie schaust du in diese Welt? Wie schaust du auf die Menschen? Das macht den Unterschied zwischen diesen drei Menschen. Zwei von diesen dreien sehen und wechseln die Straßenseite. Der eine sieht und geht näher hin. Das ist der Unterschied. Sie sehen, sie haben alle drei Augen und sehen. Aber mit welchem Auge sehen sie? Welche Brille haben sie auf? Der Levit und der Priester, sie haben die Brille des Fleisches auf, die Brille der Selbstsucht, die Brille der Angst. Sie sehen diesen Menschen im Elend und sie wechseln die Straßenseite. Social Distancing. Sie gehen ihres Weges. Sie verbinden sich nicht mit diesem Elenden. Sie kümmern sich nicht um diesen Elend. Sie haben kein gütiges Auge. Der eine aber, er hat dieses gütige Auge. Er hat die richtige Brille auf. Er schaut diesen Menschen an mit Gottes Augen. Und das geht dann in sein Innerstes. Jesus hat mal dieses Gleichnis mit dem Auge erzählt. Und es ist so ein bisschen rätselhaft. Er spricht dann von dem Auge, das das Licht des Leibes ist. Und wenn das Auge trüb ist oder beschädigt ist oder verfinstert ist, wenn es böse ist, wie groß ist dann die Finsternis in dir? Weil durch das Auge kommt das Licht in dich hinein. Wenn es aber verfinstert ist, kommt kein Licht hinein. Hier ist es so, das Auge, durch das Auge kommt das Bild dieses Elenden in den Samaritaner hinein. Er lässt es in sich hinein. Es bewegt ihn innerlich. Das Auge ist nicht einfach nur, es endet nicht im Gehirn und prallt dann ab, das Bild, was er sieht, sondern es geht tief in sein Herz hinein. Und das ist das Auge Gottes, wie Gott uns Menschen sieht. Psalm 113, ich finde den wunderbar, wo es heißt, dass Gott in der Höhe thront, dass er aber in den Staub hinabkommt, um den Elenden aufzuheben. Warum? Weil seine Augen sehen auf die Menschenkinder, auf jedes einzelne Menschenkind, was er geschaffen hat. Und er schaut jedes Menschenkind so an. Sein Auge ist gütig und durch sein Auge geht es in sein Herz hinein. Und so ist er in seinem Herzen. Es dreht ihm sich der Magen um, uns in unserem Elend zu sehen, in unserer Sünde, in unserer Krankheit, in unserer Schwäche, in unserer Todverfallenheit. Er sieht uns in unserem Staub liegen und es dreht ihm den Magen um und er sagt, ich muss dort hineinkommen. Ich muss in den Staub hinabgehen, um diese Menschen auf dem Staub aufzuheben, um sie zu retten. Und deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Weil es ihn innerlich bewegt hat. Er hat ein gütiges Auge. Wisst ihr, und wenn hier steht, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet sein, dann ist das ein Ausdruck dessen, dass Gott Freude hat an den Menschen, die auch so ein gütiges Auge haben. Er wünscht sich, dass seine Menschenkinder so sind wie er. Dass sie ein Auge haben, so wie er, für die Elenden, für die Schwachen, für die Armen, für die, die sich nicht helfen können, die Hilfe brauchen. Sie werden gesegnet sein, die gütigen Auges haben. Gott segnet sie reich. Warum? Weil sie diejenigen sind, die dann geben, die dann teilen. Gott gibt uns reichlich, damit wir teilen. Und so sagt er dann, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Wisst ihr, wenn wir Brot haben und wir haben doch Brot die Fülle. Mir geht es jedenfalls so. Und Gott möchte einfach, dass wir, und es ist ganz simpel, Jesaja 58 sagt er das zum Beispiel, bricht dem Hungrigen dein Brot. Nimm etwas von deinem Brot, von dem vielen Brot, was du hast, und bricht davon etwas ab und gib es dem, der kein Brot hat, der hungrig ist. Wenn du was anzuziehen hast, sagt Johannes der Täufer, wenn du was anzuziehen hast, du hast vielleicht zwei, drei Hemden in deinem Schrank hängen und da ist einer, der hat gar keine Hemd. Dann gib ihm doch eins von deinen Hemden. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Und Jesus hat das gesagt, als er, in Matthäus 25 erzählt er davon, von dem Gericht und wo er sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Warum sind es die Gesegneten? Weil sie von Gott empfangen haben und von dem, was sie von Gott empfangen haben, geteilt haben. Denen gegeben haben, die in Not waren, die nichts hatten. Und dann sagt er auch, um uns zu inspirieren, gibt er uns diesen Gedanken. Hey, guck mal, in dem Amen, der nichts zu essen hat, das bin ich. Und wenn du von deinem Brot diesem Amen gibst, dann gibst du mir. Und sagst du, das, was du dem Geringsten getan hast, meiner Brüder, das hast du mir getan. Du hast, als ich hungrig war, hast du mich gespeist. Du bist ein Gesegneter des Herrn. Diejenigen sind die Gesegneten, die die Segnungen Gottes empfangen und weitergeben. Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Und was sagt Jesus noch? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es geht hier nicht nur um Brot. Es geht auch um die geistlichen Gaben, die Gott uns gibt. Die Hoffnung, die er uns in Jesus gegeben hat. So viele Menschen, die heute ohne Hoffnung sind. Lasst uns die Hoffnung teilen. So viele Menschen, die keinen Glauben haben, keine Zuversicht, kein Vertrauen, weil sie Gott nicht kennen. Lasst uns unseren Gott teilen, dass sie Zuversicht, Vertrauen schöpfen können, Vertrauen in Gott haben können. So viele Menschen, die erkaltet sind, die einsam sind, die in sich verdorren, weil sie keine Liebe haben. Und wir, wir sind so reich beschenkt mit Liebe von unserem Gott. Lasst uns die Liebe teilen. Lasst uns den Samen reichlich ausstreuen, den Gott uns reichlich darreicht. Und wir sind die Gesegneten des Herrn und geben weiter von dem Segen. Das ist das, was der Spruch hier, was Gott uns durch diesen Spruch auch sagen will. Vers 9. Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Vers 10. Treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit hinaus und streiten und schimpfen hören auf. Ein Wort für Verantwortliche, für Menschen in Verantwortung, die über eine Gruppe von Menschen vielleicht Verantwortung haben. Schimpf, streiten, Zank soll, das macht eine Gemeinschaft von Menschen, zerstört sie. Das sind Werke des Fleisches. Und hier wird gesagt, derjenige, der das hineinbringt, das ist der Spötter, das ist der, der nur Spott und Hohn hat, der andere Menschen verachtet, der auf andere Menschen herabschaut, der lästert, der spottet. Und er bringt Unfrieden in eine Gemeinschaft. Und der, der dafür verantwortlich ist, er soll diesen Menschen ausschließen. Wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe habt, okay, also mal ein ganz reales, konkretes Beispiel. Ihr habt eine WhatsApp-Gruppe. Und solche WhatsApp-Gruppen, die können ja sehr ermutigend und hilfreich sein, die können ja auch manchmal furchtbar anstrengend sein, weil irgendwelche Streitereien da ausgetragen werden. Und wenn du ein Verantwortlicher bist, dann sorge dafür, dass derjenige, der da ständig diesen bescheuerten Samen von Zank und Streit sät, dass der ausgeschlossen wird, dass der blockiert wird. Das soll unsere Gemeinschaft nicht bestimmen, dass jemand spottet und durch den Spott, Zank und Streit sät in unserer Gemeinschaft. Und er soll ausgeschlossen werden. Es geht nicht darum, einen Menschen rauszuschmeißen und ihm irgendwie loszuwerden. Nein, auch ihm gilt die Liebe Gottes und er soll zur Umkehr kommen. Aber es gibt einen Punkt, wo man das Treiben unterbinden muss, damit die Gemeinschaft nicht völlig vergiftet wird und zerstört wird. Und es ist nicht nur für die verantwortlich. Nein, jeder von uns sollte dazu beitragen und das vor Augen haben. Spott und Hohn ist nicht die richtige Herzenshaltung, um Gemeinschaft zu bauen. Nein, es ist eine Herzenshaltung, die zerstörerisch ist. Und dann treibe den Spötter fort aus deinem eigenen Herzen, wenn er darin wohnt, wenn er darin Wohnung nimmt. Treib ihn raus. Gib ihm keine Möglichkeit, in deinem Herzen Wohnung zu nehmen. Wisst ihr auch diese ganzen Videos, die wir uns reinziehen und die ganzen medialen Geschichten. So viele Spötter, die da unterwegs sind. Treib sie raus aus deinem Leben. Lass nicht zu, dass sie in dir diesen bösen Samen sehen, der am Ende nur Unheil bringt. Vers 11. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Man kann diesen Vers sicherlich vielfältig auslegen. Ich lege ihn hier wirklich einfach nur mal auf den König der Könige aus. Den Messias, den Christus, Jesus, unseren König. Wer Reinheit des Herzens liebt, ist ein Freund des Königs. Wisst ihr warum? Weil Jesus auch das reine Herz liebt. Er hat das in den Seligpreisungen gesagt. Matthäus 5 sagt er, selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ohne ein reines Herz kannst du Gott nicht begegnen. Israel hat sich viel mit Reinheit und Unreinheit beschäftigt. Gott hatte ihnen viele Gebote gegeben, wodurch sie sich reinhalten. Wodurch sie sich heilig halten, absondern von einer unreinen, gottlosen Welt. Aber sie haben das so verstanden, dass wenn wir diese ganzen Sachen machen, dann sind wir rein und wenn wir sie nicht machen, sind wir unrein. Jesus aber war es wichtig, dem Volk Israel und uns allen zu lehren, dass Reinheit eine nicht eine äußerliche Sache ist, sondern eine Sache des Herzens. Unreinheit kommt aus einem unreinen Herzen. Und zwar aus einem verunreinigten Herzen, das von Sünde bestimmt ist. Deswegen liebt der König diejenigen, die die Reinheit des Herzens lieben und suchen. Und wisst ihr, Gott sagt nicht nur, ich möchte gerne, ich nehme nur die Menschen an mit einem reinen Herzen. Nein, er weiß ja, dass wir alle unreine Herzen haben. Und deswegen sagt er, ich möchte aber, dass diese unreinen Menschen Gemeinschaft mit mir haben. Also sorge ich dafür, dass ihre Herzen rein werden. Wie hat er das gemacht? Wir fangen mal mit 1.Johannes 1 an. 1.Johannes 1 sagt er in Vers 7 Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wie bekommen wir ein reines Herz? Durch das Blut Jesu. Es reinigt uns. So wie damals im Opferritus das Blut der Opfertiere gesprengt wurde auf das Volk, als Zeichen der Reinigung. Das Leben eines unschuldigen Opfertiere wurde gegeben, damit Reinigung geschieht von der Sünde. So ist Jesus für unsere Sünde gestorben, als ein reines Opferlamm. Und sein Blut reinigt uns. Von jeder Sünde steht hier. Weil er ohne Sünde war, nimmt er unsere alle Sünde auf sich. Egal welche Sünde auch immer. Wie schlimm diese Sünde auch sein mag. Er reinigt uns durch sein Blut. Wie geschieht das ganz konkret? Vers 9 sagt es uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es geschieht in einem Akt des Sündenbekenntnisses. Wir stellen uns zu unserer Unreinheit. Wir kommen ins Licht, wie es vorher heißt. Und legen alle Masken ab. Wir hören mit der Heuchelei auf. Wir geben Gott Recht und sagen, du hast Recht. Mein Leben ist verunreinigt. Mein Herz ist unrein. So wie Jesaja, als er Gott begegnet ist, hat er gesagt, oh weh, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Ich lebe unter Menschen mit unreinen Lippen. Und dann kam Gott und hat ihn gereinigt. Und so ist Gott gekommen, um uns alle zu reinigen. In Jesus Christus hat er sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und es geschieht in einem ganz schlichten, einfachen Gebet. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen, deine Tochter zu heißen. Und was macht Gott? Er sagt, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und streu guten Samen aus, den ich dir hier jetzt gebe. So einfach ist es. Ein anderes Wort, ein bisschen weiter vor. Epheser 5, Vers 26. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Gott reinigt uns durch sein Wort. Es ist so wichtig, dass die Gemeinde unter das Wort kommt. Wisst ihr, Gott lässt ein Bad ein. Der Christus lässt einen Bad. Der König lässt einen Bad für seine Braut ein. Und sagt, komm Schatz, hier. Das Wasser steht bereit. Lass dich einfach mal hineinfallen in das Bad. Lass dich reinigen. Es wäre bescheuert, wenn die Braut dann sagen würde, ne, ich werde mich doch nicht ins Wasser legen. Dann werde ich ja nass. Wisst ihr, wir können uns sperren gegen die Reinigung. Wir können ein Heuchlerleben führen. Wir können unsere Ohren dicht machen gegen das Wort Gottes, was uns zieht. Die Liebe Gottes, die durch sein Wort spricht und uns zieht in sein Wasserbad hinein, sodass wir gereinigt werden. Die uns zieht und einlädt. Lass dich doch reinigen vom Blut Christi. Wir können uns dagegen sperren. Aber dann kommt nichts Gutes aus unserem Leben heraus. Und dann haben wir keine, sind wir, erweisen wir uns nicht als Freund unseres Königs. Er möchte uns reinigen. Lass es zu, dass er dich reinigt. So wie einer der Freunde Gottes es ausgedrückt hat im Psalm 51. Da sagt er, der David, nachdem er eine schwere Sünde begangen hat gegen Gott, sagt er in Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Wisst ihr, wir haben das in dem Kinderlied gesungen. Viele Menschen können viele Sachen, doch ein reines Herz, das können sie nicht machen. Das kann nur Gott allein. Er soll gelobet sein, nur Gott allein. Er ist es, der unser Herz rein machen kann. Und deswegen sagt David, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Er liebte das, er liebte Gott und er liebte das reine Herz. Er hatte es erlebt, wie Gott sein Herz gereinigt hat. Und er wollte wieder diese Reinigung erfahren. Er wollte wieder in dieser unverstellten Gemeinschaft mit Gott leben. Herr, reinige mich. Ich weiß, ich habe mich verunreinigt. Da ist Unreinheit in mir. Da ist keine Möglichkeit zur Gemeinschaft mit dir. Reinige mich wieder neu. Mach mein Herz wieder neu. Und wisst ihr was, Gott? Er hört so gerne ein solches Gebet. Und es ist nicht nur das Herz, sondern wessen Lippen wohlgefällig reden. Ja, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was in deinem Herzen ist, das redest du auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Herzen rein sind. Damit da reine Sachen rauskommen. Es ist so wichtig, womit unser Samensack gefüllt ist mit guter Saat. Ja, dann streuen wir gute Worte aus. Und daran freut sich unser König. Wir erweisen uns als Freunde Gottes. Gott möchte uns reinigen, unser Herz reinigen, heute, an diesem Tag. Er möchte uns guten Samen darreichen, uns guten Samen geben, dass wir guten Samen ausstreuen. Gib den alten Samensack. Gib ihn ab. Leg das Unrecht ab. Lass dich füllen, lass dich erneuern im Heiligen Geist, sodass du Gutes ausstreust. Lass deine Augen reinigen. Es ist herrlich, diese graue Starr-OPs. Mein Vater hat das jetzt auch gemacht. Und plötzlich kannst du wieder klar sehen. Die Linse ist ausgewechselt. Da ist eine neue Linse drin, wo du klar sehen kannst. Und wo du ein gütiges Auge dann hast. Ein Auge, wo das, was du siehst, auch hindurchdringt. Wo diese Menschen, die du siehst, du siehst sie mit Gottes Augen. Und es geht tief hinein in dein Herz. Und was ist in deinem Herzen? Liebe. Und die Liebe wird angeregt durch dieses Bild und fließt hinaus zu diesen Menschen, der das braucht. Vater, wir bitten dich, dass du das wirkst in uns. Dass du unsere Augen heilst. Dass du unsere Herzen reinest. Dass du unser altes Saatgut wegnimmst und wegschmeißt und uns neues Saatgut gibst. Nur du kannst das tun, Herr. Bitte wirke das in mir, wirke das in uns. Das Wollen und Vollbringen nach deinem Wohlgefallen. Danke, Herr, dass wir so bitten dürfen und dass wir wissen, dass dieses Gebet dir gefällt und dass du es gerne erhörst. Amen.